Unter dem Motto Was? Schon 10 Jahre? präsentierten Anfang Juni 2018 anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Initiative Schulen Partner der Zukunft sechs FIT-Schulen aus Mittelosteuropa ihre selbstgeschriebenen Stücke auf dem internationalen PASCH-Theater-Festival am Gerhard-Hauptmann-Theater in Zittau In diesem Theaterstück spiele ich die Zeit Thema der Inszenierung war die Zeit wie sie vergeht, was sie mit uns macht und wie man sie auf die Bühne bringt Entstanden sind die Stücke nach intensiven Proben und Begegnungstagen im Vorfeld und wurden in Zusammenarbeit mit Theaterpädagogen bühnenreif geschliffen Drei, zwei, eins Ich hole einen Lachen Ach ja, noch einmal jung sein Sexy, boah! Ja, und dann mit 74 Jahren Die sechs Theatergruppen aus Ungarn, Litauen, Polen und der Slowakei beeindruckten mit hoher Präsenz, außerordentlichen Talenten, mitreißenden Geschichten, unerwartetem Witz und vor allem überzeugenden Deutschkenntnissen Holla, holla, holla Zum Geburtstag, viel Glück Zum Geburtstag, viel Glück Zum Geburtstag, lieber Oma Zum Geburtstag, viel Glück Alles lieber zum Geburtstag Zum Geburtstag Zum Geburtstag, viel Glück Zum Geburtstag Zum Geburtstag, viel Glück size Vielen Dank.